ja und willkommen mein name ist dann die europäer mit mario master und wir wissen nicht so let's play ja schießt voli war wo sie immer stehen geblieben 56 56 weißt du wie das aussieht dieser dieser level zurück also früher drängen beuge guckt nicht wirklich das sieht aus wie so ein turm von der red ribbon armee hier wirklich da war auch irgendwie so ein eis turm irgendwie irgend so ein zeichwort der auswehr terminator so ein riesiger terminator irgendwie so sieht das ding aus ich glaube ich kann uns gar nicht alles leisten gerne ich würde mal sagen du machst nur versteckte objekte werden sichtbar nicht ohne alles weil ich ein bestes bin aber ein bisschen auf screen ja so ein paar sachen gesammelt ersten beiden welten der ersten beiden welt wir haben da die spezialplatten freigeschaltet werden wir auch und wir werden auch oft noch die anderen sachen sammeln wenn das heißt die welt davon nie was mitbekommen ja aber werde ich natürlich dann berichten was wir dann so alles erreicht haben das hat echt eine schöne musik aber das level ist mega scheiße ich habe auch keine wolle mehr da gibt es auch nicht du kannst du nicht ich glaube da unten also wirklich die musik ist mega schöne schnee weihnachten ist schon wieder weihnachten schnee bedeutet immer weihnachten wir sind immer wieder hier an demselben punkt rausgekommen sonst mega verwirrt hat dass die blube das wollte ich nicht das kam von allein kratelle und kräftige kratzen kratzen ja robić von astrex und obeliexierijen multiplayer waren auch gerade ist da der anfang gewesen ich wollte noch was machen ja ein bisschen durchgegangen ich habe da geht es dann nicht mehr zurück aber gibt es noch nicht okay wie kommt man da oben ist doch irgendwas hier da oben ist ja wir werden wieder am anfang okay dass die blume okay ich hab die blume das ist die blume okay ich bin kaputt warte ich brauche bei denen das ist trampolin checkpoint nicht aktivieren ich habe es gehört wir kommen wir aktivieren den checkpoint jetzt kommen wir ja noch überall zurück ja aber da kann man glaube ich zurück da ist weitergehen kommen wir nicht mehr zurück okay wir kommen jetzt an dadurch keine ahnung wollte einfach da durchgehen und durch und ich war wieder hier sind wir wieder hier naja wir kommen doch zurück da oben ist irgendwas ja jetzt hier durch ich bin auch am zocken damit ich meinen gehirn ja ausschalten muss ja jetzt muss ich auch nur dringend war wo folgen sie den faden weil wir dürfen wir nicht den faden verlieren ja was bestanden jetzt gehen wir mal hier rein jetzt war jetzt verdächtig weit nach oben ja 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 mal gucken wir darum war kann wir sowieso nicht weiter ja wesentlich gucken lassen was da oben ist und da kommt noch einer warte geht runter genau weiß da unten noch mal was gibt nein wir sollen ich hätte es da oben reingehen können hätten wir einfach wieder dann und aus starten können es ist so mega scheiße ich hasse es ich habe die orientierung verloren so wir sind wieder am anfang war nicht schon wieder hier da müssen irgendwie darüber fliegen sehe ich gerade von rechts müssen wir da irgendwo rein ja da war so ein ding hier zum aufmachen ja aber erst mal müssen wir hier hoch wir dürfen die wahrseine es geht nicht allerdings doch geht schon wird sicherheit und gesetz und fest aber das ist nicht so schlimm ich bin bisschen cola mix drin kleiner umfall schon wieder machst du wo gehen wir hier oben rechts oder ja wir gehen nach oben rechts ne was oder da sind wir doch gerade halt 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 ich habe eine idee da oben da oben da oben ich bin doch es gehört da hinten ich bin doch fast geh weg geh weg er sich was auch wolle man die zweite wohne und dann diese wahrscheinlich heute mir eigentlich ich komme hier nicht weg aha jetzt gehen wir da rein sehen wo wir jetzt raus kommen jetzt okay das macht einfacher das macht einfach so kommen wir nach dahin aber das ist dann noch nicht lang gehen ich will mich hier noch wenn ich immer weiter umgucken ja wir müssen wieder anfangen jetzt hier war ja gestorben warte mal kommt ihr so ein ding noch hier nein ja aber dann ja du sagst kommen runter ich sag doch jetzt noch nichts okay wir sind wieder am anfang okay ich habe es dir noch gesagt ich dachte was wir jetzt am anfang wie er tot okay warte sind wir hier aber da kommen wir nicht durch doch kommen wir aber ich möchte was anderes machen das ist das was ich wollte da wollte ich auch schon vor ewig kommunikation gleich 0 jetzt klauen wir doch nicht alle ich mach doch gar gut klaus wie die wolle okay da wo jetzt lange ich springe rechts hoch und links ein ja okay wir werden beide sowieso ja gleich ich hoffe ich den fall dabei heißt dass der wind nicht die fahren trainieren dann gibt es da jetzt nicht na ja hatte einfach bist du oben bist also dass einer der auf dem schießt dann schießt auch das blöde jetzt kommt da ging ja super wir haben getötet also die wm oder immer wir gehen uns langsam aus ich habe volle leben was ich bestimmt bei beiden werde nummer 5 verwahrt ok verzweifelte schreie ja dass ich dadurch wissen also da kommen wir rein ok oh gott das was ich gewetze nein okay ich habe auch volle leben was hat hier so nicht geblieben dass die letzte wurde damit die andere ja noch irgendwo hier sein da geht es raus ja das sieht man ganz nach ausgang aus dass man noch mal heruntergehen da irgendwie ja da ist noch was da sonst wenn die dinge alle weg war hier okay warum man denn die dinger noch keine ahnung meint meint unter uns ist nein ich glaube unter uns ist nix noch was wir fallen noch ganz runter ja wir haben irgendwie gar nicht hier unten geguckt glaube ich genau der ist dann aber hier ist das sogenannte schick point ist es okay hier geht es nicht weiter aber stimme auf mich oder umgekehrt ich konnte ja locker und springt noch mal einer auf einen ich habe mal locker aber hatte ja genau nein ich komme mal da werden was überlebt bitte sagt mir ist kurz zu dir nahe hin immer nach links geht nicht mehr geht nicht scheiße das geht nicht glaube wir würden auch in einer gedeutung ist was das ist das dann wird so verdächtig bewacht und sieht man ganz verdächtig aus vor allem das fährt immer im kreis ich habe es gewusst alle wollen wir haben alle wolle aber kann nicht alle bluten glaube ich nein jetzt mal jetzt gehen wir mal links ich springe auf ihn während du auf mich springt dann machen wir maximalen schaden netzene lade der mitsch und er hat so war doch der mitsch aber der lille moore ok dritter gut die dritte blume und da war man gerade verhandeln ok sind wir auf der anderen seite da sind wir ein bisschen was war welche fehlt uns die vierte oder fünfte ja die vierte super da links war nichts da sind wir gerade reingegangen da gehen wir mal nach oben und bei so einer links zu gehen irgendwie ich hasse das level mag es nicht ich mag die musik sie schön ist so schön gechillt ich passe ja gerade so durch da ist was ich sehe ist du hast alle münzen irgendwann schießt auf mich aber nein nicht mehr voll ab ich habe noch das kann man nicht nein nein da ist da abhärte blume kommen jetzt wir haben alles dann bloß kein schaden wie geht es jetzt weiter hier ist nach links wieder und jetzt nichts wie raus hier ja das ziel jetzt zwei blumen zwei bonus spiel und ich glaube wir haben alles gefunden ich glaube wir müssen dieses nie wieder machen wird so läuft hat ja so sind doch alle beteiligten froh genau so ist es glaube wir haben nicht den faden verloren ja es hätte nur 17 minuten nice job tor der job risotto vögel auf deiner seite niemals nein 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 doch deiner seite der grenze ich bin über die grenze gelaufen ja jetzt über die türkische grenze gegangen ich hab dir deinen arbeitsplatz weggenommen geil echt scheiße dafür ich nie in ordnung okay wir haben es geschafft müssen nie werden die sind dieses level zurück und wir haben also gibt es auch schon blau aus hosen josh hosen josh sieht sogar besser aus als andere für dich das sieht besser aus als sternen ich bin der super so aus ich bleibe erst mal bei stern joshi ist das in der wild frust auf dem frost lift ich mag keine frost ich mag es kein frost ich mag auch kein frost ich dachte schon frust auf dem frost lift ja und ich mag keine frust und ich mag kein frost haben wir doch schon mal wieder was du magst kein frust und ich mag kein frost frost auf dem frost lift hat andersrum nein dann kommt wieder rechts rechts ist eine bessere richtung richtig ja recht warte wenn wieder hochgescrollt aber es ist auch nicht ich habe es gebrochen mit dem riesigen im mund wolle so viele blaue wolle was mit grün auch noch mehr grün brauchen mehr blau genug okay ich dachte genau das stützt ab weil sie trost erstmal gar nichts in diesen einen horrorfilm ja so leute irgendwie stundenlang auf so einen lift irgendwie fest gesessen hat dann guckst du auch da war ja nicht ein horrorfilm der waltweil nicht tragödie was weiß ich wenn man so war drama drama war mark ok ich habe meine mund also schon wieder ein pinguin im mund dieser moment wenn man ein pinguin im mund hat ja kennen sie das kennen sie das sie haben ein pinguin im mund und wissen nicht was sie damit machen sollen wie wir es mit ausspucken ja ja aber wie ist das möglich klick da warte ich musste ich stehe naja ok nein das war das eine gewährte team die eine münze die ich jetzt gerade gestorben gut ja münster hallo die brauchen wir die sind wichtiger als ein leben hat das gesicht hat man geht irgendwie kaputt hier nein da ist das ein bonsai bansai 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 das ist einfach ein pixel lega kugel wie die gewesen in der ersten mann seite und sei bildet klingel wie komisch die man da kaputt wartet dass sie ja kaputt machen da geht nicht okay gibt es ja nicht dass ich habe ja mal entdeckt oh gott ich bin übersteuert war der kaputt nein das war das lustigste gesehen habe ich habe mich da kommen wieder jetzt ja ich habe etwas getroffen irgendwann anzünden dann hast du doch schon wieder im mund feuer melone na wie tun wir nichts okay ich komme ja eigentlich durch ist denn mal ich komme nicht durch natürlich die geben so jetzt bauen die dinger nein dann mache ich mal hier und nach oben und ich habe immer noch ein gut da war jetzt so hoch gewesen nämlich da wäre lustig wenn ich irgendwie so ein eisding in ihr lecken würde meine zunge mit da irgendwie sehr sehr schmerzhaft seien diesen reflex gesehen ja ja auf mich an zu fassen mal was ging ich an ich habe mir nie an jetzt möchte ich jetzt recht anpassen so noch vor allem nein ich glaube ich ja ich habe nicht sehen dann pass ja besser um diese blöden pinguin die schluss mich da hin ich bin nicht hoch warum ist da schon auch da gibt es nicht ein pinguin wir gehen noch mal zurück und spuck den pinguin aus ich liebe es auch schon mein mund zu haben herr fisch vögel da kommen wir schon noch kommen ein bisschen teamwork und ein opfer kommen wir das den pinguin mal wieder respond ja da ist er wieder so auf mich das ist mein gott also irgendwie feuer kaiser mario ich glaube ich glaube da kommt noch okay gut ja ja oder war allerdings noch mal ich glaube da war man noch nicht fertig egal eine feuer melone im mund nein verschwindet doch nicht so ja so gucken was hier drin ist warte da oben bestimmt genau ist nix was nix warum nicht sind bestimmt alles müssen jetzt haben wir keine feuer melone ja sicher dann wird von dem spiel genötigt alles zweimal zu machen mit dem stück noch eine so weit meine hier finden wir zurück und er ist auch bestimmt auch auf der linken seite vielleicht allerdings runterfallen wesen voller ap ja habe ich glaube da ist ein bisschen wichtiger ja so weit kommen wir nicht mehr zurück blume vielleicht schaffen wir es ja doch wir müssen jetzt voll risky sein bist du bereit das in kauf zu nehmen nein da gehe ich lieber mit 20 leben wir raus erst mal jetzt glaube ich wichtiger weil sie auch nicht so schwer die level zwei blumen dann sind feuer melonen reingehen ja ja wie ein feuer melonen verschnitt ausgezeichnet ausgezeichnet lassen sie die hunde los ich werde gewinnen da habe ich noch mehr punkte jetzt haben wir gleich viel kann er sagen ich habe ein unentschieden gemacht weil bei menschen wir haben schon beinahe 5000 wird zurückbekommen ja wie viele minuten haben wir schon haben jetzt 29 gleich ja gut okay möchte sagen dann war es das für diesen part und dann beim nächsten mal gibt es direkt direkt die festung aber jetzt mal sehen welcher blaue josh zusammengeführt wird du siehst ja schön aus frost joshie wurde wieder zusammen gehackert ist auch der auch stil wie man aus den sniffles aber ich wechsle das man sich post joshie weil ich beim wald ja eisberg snippet schloss in der nächsten folge ja bis dann und ciao bei耶 ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020